Ich schütze mich vor HIV mit Kondomen. Ich finde Kondome super praktisch und einfach zum Anwenden bzw. helfen sie einfach nicht nur gegen HIV, sondern gegen alle Geschlechtskrankheiten. Ich finde PrEP auch gut, aber Kondome sind mir einfach lieber, weil es wirklich gegen alles hilft. Ja, ich habe immer Kondome mit dabei. Ich habe so ein kleines Tascherl. Da gingen mehrere Kondome bzw. Kleidgeld rein und das habe ich immer im Rucksack drinnen. Nicht so, dass ich immer Sex haben möchte, aber falls es mir passiert, hat man immer was dabei. Mein lustigstes Sexerlebnis war das natürlich mit den drei Männern, der Ziege und der Affe. Stimmt natürlich nicht. Mein witzigstes Sexerlebnis war wirklich das, wo ich den Samantha Jones Moment gehabt habe, was natürlich jeder kennt, wo wirklich der Typ die Hosen runterlassen habe und für mich das einfach so war viel zu groß und wir bleiben nur Freunde. Übrigens, du kannst dich in der AIDS Hilfe Oberösterreich kostenlos und anonym auf HIV testen lassen. Check It ist eine Kampagne von AIDS Hilfe Oberösterreich und Hosi Linz.